Ich bin schnell. Ein Gewinner, vier Verlierer. Okay, es kann losgehen. Meine Damen und Herren Autos, willkommen beim Radiator Springs Grand Prix. Junge, Junge, das wird ein heißes Rennen werden. Da haben sich einige echt ausgeputzt. Aber viele alte Bekannte sind gekommen. Und ein paar neue Gesichter sehe ich auch. Es ist aber auch ein prächtiger Tag für ein heißes Rennen auf einer Kleinstadtbahn, was? Und natürlich ist auch ein guter Bekannter hier. Das berühmteste Rennauto von Radiator Springs. Mr. Lightning McQueen. Die Show kann beginnen. Ah, du bist also der berühmte Rennfahrer Lightning McQueen, stimmt's? Ähm, und? Welch glücklicher Zufall. Vortrefflich. Mein Kollege Gerald und ich hatten gehofft, dich für ein kleines Rennen begeistern zu können. Wer seid ihr denn? Britisch, mein teuerster. Wir haben extra den großen Teich überquert, um euch zu zeigen, wie man fährt. Und was ist mit euch? Wir wollten dich auch herausfordern. Na dann, willkommen. Je mehr, desto besser. Hey Lissi, was hast du da? Oh, schöne alte Postkarten. So etwas sammle ich schon lange. Die habe ich entlang der Route 66 gekauft. Wow. Oh, die ist ja schön. Manche von denen sind schon 60 Jahre. Ein Sturm. Keine Sorge, Lissi, ich finde sie. Weit können sie nicht sein. Hey Rennfahrer, ich dachte, wir zwei könnten... Ach du meine Güte! Da ist er ja! Wie er lebt und lebt! Hallo Lightning! Erinnerst du dich an uns? Klar, wie könnte ich euch je ver... Doch, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Er erkennt uns wieder! Und? Willst du deine Freundin nicht vorstellen? Ja, also das hier ist... Ich bin Mia! Ich bin Tia! Wir sind seine größten Fans! Wow, das ist aber wirklich sehr nett. Wir hatten gehofft, dass Lightning mal mit uns fährt. Also meine Damen, das halte ich für keine gute Idee. Moment, Moment, ich habe eine bessere Idee. Habt ihr Mädels Lust auf ein Freundschaftsrennen? Drei Runden. Wer gewinnt, darf mit Lightning ausfahren. Ah, klar machen wir mit! Sally, das musst du nicht tun. Keine Sorge, ich brauche mein Training. Da mache ich auch mit, Süße! Kein Kaffeekränzchen ohne mich! Psst, Huck! Was ist los? Hat jemand die Polizei gerufen? Oh, hallo Kumpel! Komm, wir gehen Traktoren ärgern. Hey, willst du echt Traktoren ärgern gehen? Ich dachte, du hast Schiss? Ich? Angst vor Traktoren? Nein, Schiss vor Frank! Ach was, Frank ist riesig, aber langsam. Ich habe ihn auch schon schnell erlebt. Fährt er nach links, täusche ich rechts an. Fährt er nach rechts, schieße ich links vorbei. Super, du Schlauberger! Und wenn er direkt auf uns zukommt? Ganz einfach, dann hauen wir ab. Das wird ein Riesenspaß! Paul! Gib Gummis! Dann springt er dich! Du bist spät dran, mein Sohn. Ich warte hier schon seit einer Stunde. Tut mir leid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Ach, Doc. Ich habe es noch voll drauf. Sagst du. Weißt du noch, wie man im Gelände zurechtkommt? Klar doch, sicher. Und diesmal lasse ich den Kaktus stehen, Oldtimer. Gut. Das werden wir sehen, Junge. Hey, Lightning! Bist du bereit für das erste große Rennen der Saison? Klar, bereit und aufgetankt. Apropos aufgetankt. Wenn Flo mir noch mehr Sprit einfüllt, fliegt meine Anhängerkupplung weg. Auf geht's! Hier ist Daryl Cartrip vom Paarmalring. Dem Beginn der unglaublichen Pistencup-Rennsaison. Beim letzten Pistencup gewann der ewige Verlierer, Chick Hicks, den ersten Platz. Aber wenn es nach den Fans gegangen wäre, hätte es auch der letzte Platz sein können. In dieser Saison ruhen alle Hoffnungen auf Lightning McQueen. Und das eine kann ich Ihnen sagen, mit seinem unvergleichlichen Sportsgeist wird er viele Fans für sich gewinnen. Jetzt, nachdem der King abgetreten ist, tritt Chick gegen Lightning an. Aber Chick wird seinen Pokal so einfach nicht hergeben. Lightning McQueen, Kumpel, jetzt heißt es auf der Hut sein. Hallo Guido, na, alles klar? Beat's da, Boss. Oh, oh. Lightning. Ah, hallo. Chick. Schau mal. Efalla Atenzione. Ja, und weiter? Weißt du, ich dachte, du gewöhnst dich schon mal an den Anbläden. Verstehst du, was ich meine? Du wirst viel Zeit hinter mir verbringen. Wir fahren beide in diesem Rennen und ich bin immer vor dir und du immer hinter mir. Im Rennen, verstehst du? Liegt's an mir oder warum kapierst du's nicht? Tö, so, Mann, bist du abgefahren, Chick. Das mag ich so an dir. Ey, du. Zurück in deine Box. Hör auf, meinen Fahrrad zu nerven. Schade, dass dein Teamchef nicht auf dem Ring ist, um auf seinem Baby aufzupassen. Oh, entschuldige. Ey, cosa ti prende? Ey, brauchst du du neue Reifen? Nein, aber jemand anderes vielleicht. Wer? Oh, ich werde ihm verkaufen ein paar hübsche Weißbandreifen. Ich hab entlang der Straße vor der Stadt ein paar Radkappen und Reifen liegen sie. Reifen? Auf die Boden? Soll ich Hook bitten, sie für dich abzuholen? No, 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 no. Das machen Luigi selber. Meine armen Reifen. Verlassen. Alleine. Schmutzig. Luigi, werden Sie retten. Hey, Bulli, was kochst du da? Eine neue Portion Spezialgebräu, mein Freund. Wow, Bulli, was ist denn da drin? Gutes Zeug, was? Ich nenne es Super-Oktan-Turbosaft. Und du meinst, davon werde ich schneller? Haha, das kriegst du nur auf eine Art raus. Äh, ja. Wow, du holst aus dem Zeug mehr raus als ich. Nur zu, mach den Tank ruhig voll damit. Ich brau gerade Neues. Für dich, kostenlos. Echt? Danke. Außergewöhnlich, nicht wahr? In der Tat. Um nicht zu sagen, grill. Sie lieben das Gold. Warum denn eigentlich Gold, mein Junge? Wegen dem Gewinnen. Willst du siegen, musst du auch danach auszählen. Und warum glaubst du, dass du beim nächsten Wettbewerb besser bist? Ganz einfach. Ihr habt Silberfelgen. Da hat er nicht ganz unrecht. Dienstantritt war um Punkt 10 angesetzt, Soldat. Sarge, ich bin kein Soldat. Jetzt schon, Soldat. Achtung. Jawohl, Sir. Ich kann dich nicht hören, McQueen. Jawohl, Sir. Schon besser. Doc hat mir erzählt, dass du dringend Nachhilfe im Geländefahren brauchst. Und wenn ich dich so ansehe, hat er völlig recht. Du bist jetzt in meiner Truppe, Junge. Also runter mit dir auf die Räder und sag dem Asphalt leise Servus. Auf geht's. Los, los, los. Das ist zu schwer. Kommt schon, ihr spritzschluckenden Weicheier. Ihr habt doch alle V8-Motoren. Ich will nicht. Ich will mein Super verblasen. Seid ihr denn überhaupt schon mal im Gelände gefahren? Ab in den Schlamm mit euch. So, die erste Aufgabe lautet, diesen Kurs zu schaffen. In halber Zeit. Und alle Hindernisse zu überwinden. Scheitern wird nicht geduldet. Los, los, los. Verstanden, Sir. Okay. Nicht übel. Aber jetzt wird es schwerer. Hier sind andere Techniken gefragt. Hier musst du agil sein und fit, athletisch und anpassungsfähig. Sie haben meinen Lebenslauf gelesen, was, Sir? Schick, charmant und schneidig fehlt noch. Okay, bin schon weg. Okay, der letzte Test. Er fordert Kraft und Mut. Ich will Pferdestärk, Konzentration, Witz, Beweglichkeit und Ausdauer. Ich brauche etwas Kühlmittel. Bewege dich! Du wirkst überhitzt, Soldat McQueen. Ja. Erschöpft? Ja. Du träumst von einer heißen Autowäsche, kalfem Benzin und einer hübschen, schattigen Garage. Oh ja, bitte. Tja, Pech für dich. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Hey, ich such den weltbesten Rückwärtsfahrer. Hast du ihn gesehen? Glaubst du, er hat Zeit mir, wie versprochen, diese Rückwärtsfahrstunde zu geben? Aber klar doch, er steht vor dir. Es gibt da bestimmte Regeln, wenn man rückwärts fährt. Du musst deine Hinterräder so drehen, als wären's die Vorderräder. So. Und nach einer Weile, wenn du nach links willst, musst du einfach das Lenkrad nach rechts drehen. Kapiert? Oh, ich glaube schon. Rechts einschlagen, nach links fahren. Habe ich das nicht schon mal gehört? Na, alles klar, Sheriff? Nein, verflixte Raser. Ja, ich kann die blöden Dinge auch nicht leiden. Bleiben immer am Ziel. Ich rede nicht von Insekten, Junge. Geschwindigkeitsübertretung. Hast du Zucker im Tank, oder was? Du solltest dich doch mit Rasern auskennen. Vor kurzem habe ich einen gewissen Rennwagen festgenommen, der durch meine Stadt jagte. Ach, diese Verfolgungsjagd. Aber immerhin, sie hatten Hilfe. Hilfe? Du willst doch einen Gesetzeshüter nicht der Lüge bezichtigen. Naja, an meiner Stoßstange war Stacheldraht und Telefonkabel befestigt. Und diese Stanley-Statue hat mich ein bisschen gebremst. Willst du mich damit etwa zu einer Revanche rausfordern? Sheriff, nein. So etwas würde ich doch nie tun. Ich nehme die Herausforderung an, Junge. Doc hat mich gerade getunt und mir einen Turbolader eingebaut. Moment mal. Sie wollen mich als Raser festnehmen und mich danach zur Kfz-Verwahrstelle bringen, stimmt's? Nein. Nicht, wenn du gewinnst. Was machst du denn da, Junge? Was? Ich dachte, alle Cops mögen Stunts. Verschwinde! Bevor ich dich zum Müllsammeln auf dem Highway verdonnere. Ach, kommen Sie. Meine Stunts sind doch echt nicht schlecht. Ah, Rennfahrer. Huck, dir ist hoffentlich klar, dass die meisten Autos das nicht absichtlich tun. Ich muss für mein Rennen trainieren. Ich bin jetzt ein echter Rennwagen. Für das Rostlaubenrennen? Tja, das riecht nach Demolition-Derby. Ja, das ist meine Lieblingsrennbahn. Und es ist Familientradition. Schau mal, da ist mein Cousin Tommy Joe. Ein neuer Typ! Au! Spinnst du? Er hat dir doch nur einen Klaps auf die Haube verpasst. Das ist Tommy Joes Art, Hallo zu sagen. Howdy! Ich hab ne Idee. Lightning, willst du uns beim Training für unser großes Rennen helfen? Ähm, nein, ich glaub, das lass ich lieber bleiben. Wow, Huck, ich dachte, meine Rennen wären hart. Aber das hier, dir fehlt ein Zahn. Echt? Nein, ich hatte auch schon vorher keine Zähne. Hey, Lightning, ich hab hier was für dich. Ich weiß doch, dass du auf sowas stehst. Wow, danke, Huck. Aber hey, du hättest das alles nicht meinetwegen auf dich nehmen müssen. Was denn? Das war doch lustig. Und außerdem sind wir doch Freunde. Oder? Hey, du bist doch dieser krasse Lightning McQueen. Hey, wir sind das Queens. Barry, bleib cool. Du, hey, wir wollen dir was vorschlagen. Echt? Du hältst dich für den krassen Racer und so. Aber wer die Nummer 1 sein will, der muss erstmal die Nummer 1 schlagen. Und das seid vermutlich ihr, was, Jungs? Was? Du glaubst uns nicht? Komm, tragen wir's aus. Gleich hier und jetzt. Ja! Ein krass harter Kampf! Auf der Straße! Au! Okay, Jungs, kein Problem. Ich nehm euren Vorschlag an. Hey, Rennwagen, bist du bereit für den vereinbarten Ausflug? Nach Wilwell? Gern, dort waren wir schon lang nicht mehr. Super! Aber schön gemächlich, okay? Klar doch. Ich schalte noch nicht mal in den dritten Gang. Ladies first. Okay, wenn du meinst. Okay, Zeit für ne Inspektion. Du hast deinen neuen PS bestimmt schon bemerkt, nicht wahr? Ja, Doc, dieses neue Upgrade fühlt sich toll an. Na, dann zeig doch einen verrückten alten Oldtimer mal, was du drauf hast. Diese Landschaft hier birgt unzählige Herausforderungen, nicht wahr? Jede Kurve ist ein Nervenkitzel, jede Strecke ein gefährlicher Spießroutenlauf, nicht wahr, meine lieben Mitstreiter? Äh, fahren wir hier ein Rennen, oder was? Hey, tut mir leid, Chef, aber die Straße ist gesperrt. Wieso? Sieht doch gut aus. Nein, er meint, dass sie für dich gesperrt ist. Wie bitte? Ich kann dich nicht hören. Hey, für dich ist sie gesperrt. Ich hör immer noch nichts. Er hat gesagt, hau ab, Kumpel. Ach ja? Willst du mich mit diesem Wickeltisch da platt machen? Hey, Vorsicht! Weißt du was, du Subwoofer? Wir regeln das in drei Runden. Du, ich und deine kleinen Hochtöner da. Wenn ich gewinne, darf ich doch... Du kannst dir ja noch nen Kalisterboost reinpfeifen, aber im Ernst, brauchst du wirklich so viel von dem Zoll? Okay, so machen wir's. Guido! Hey, wieso baste du nicht auf, dass die Reifen nicht runterfallen, eh? Hey, man urlare a me! Mi hai sorpreso! Äh, Luigi? Hallo! Ah, ciao, bello! Luigi, da wollen paar Typen gegen mich antreten. Ich brauch nen Satz neue Reifen, und zwar schnell! Willst du, du, Weißband-Reifen? Nein, Luigi, das wird nicht reichen. Ich brauche etwas Größeres. My Queen! Komm her! Ich mach dich platt, wie eine Pfandkuchen! Du entkommst uns nicht! Ich habe Reifen für dich! Guido! Guido, Reifen hast du, aber hast du auch die Willenskraft? Das wird sich zeigen! Auf geht's! Was hast du gesagt, du mickriger Abschleppwagen? Lightning, um Himmels Willen, das Rennen ist vorbei! Schrei bitte nicht mehr so! Achso, ja, stimmt. Und, tut mir leid. Hey, schaut mal! Da ist der King der Straße! Eher der McQueen der Straße. Hey, Chick! Was machst du denn hier, altes Haus? Ich wollte nur was ausprobieren, was ich gelernt habe. Oh, mal wieder die Schulbank gedrückt! Fleißig! Vielleicht schaffst du diesmal den Abschluss! Bildung ist ja so wichtig! Wo er recht hat, hat er recht! Au! Die Haube hat mich ein Vermögen gekostet, und du rempelst mich an! Rempelst er mich an! Pass gefälligst auf, okay? Hey, Mr. Superschlau! Bist du bereit für eine Lektion? Da ist er! Alles bereit? Kann losgehen! Zeit zum Schlafen! Äh, dieses Musik macht mich ganz träumerisch! Okay, ich bin soweit! Du bist dran, Bingo! Bin schon unterwegs! Ich hab den Krimpel! Ich hab den Krimpel! Ja! Ich hab den Krimpel! Ich hab den Krimpel! Ich hab den Krimpel! Ich bin nur schlafen! Huah! Huah! nach Westen, als ihm eine Teenie-Gang alle Geräte aus seinem Anhänger geklaut hat. Geht's ihm gut? Er klang ziemlich platt und macht sich mächtig Vorwürfe. Freut mich, dass ihm nichts passiert ist. Oh nein, ich brauch den Krempel für mein nächstes Rennen. Diese aufgepimpten Dreckskisten, wenn ich die erwische. Jetzt reicht's. Mit mir könnt ihr euch gerne anlegen, aber Finger weg von meinen Freunden. Okay, es kann losgehen. Suchen wir Chick. Hey, heb dir deine Kraft für den Kurs auf, Junge. Und halt dich bereit. Hey, schon gut. Alles okay, Lightning. Du hast unseren Krempel zurückgebracht und Flo hat sich gut um mich gekümmert. Lass uns schön entspannt zum Stadion fahren. Hey, wir können nicht ewig zusammen singen. Mein Käfer auf dem Kühlergrill, Moskitos auf der Windschutzscheibe. Da-da-da-dam-da-dam. Hier geht's um den ganz großen Sieg. Und lass dich von dieser blöden Sache mit Chick nicht verwirren. Konzentrier dich, dann wird alles gut. Ja, ja, schon gut. Jetzt hole ich mir den Sieg. Was ist los, Kolbenfresser? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet. Lass mir doch das Rennen nicht entgehen. Du wolltest doch nicht kneifen, oder? Du weißt genau, was ich meine, Chick. Keinem blassen Schimmer, ehrlich. Ich will doch nur ein friedliches Rennen mit meinem Freund Lightning fahren. Eine ganz faire Sache. Oh, hey, wie geht's? Lange nicht gesehen. Und hey, viel Glück. Ja, gleich beginnt die Siegerehrung für die Gewinner des heutigen Rennens. Lightning McQueen und Chick... Oh, hör dir das an. Du hast einfach nur Glück gehabt und du weißt das auch. Das hatte nichts mit Glück zu tun. Ich hab gewonnen. Fair und sauber. Kannst du denn nicht wenigstens würdevoll verlieren? Siehst du, er wechselt das Thema. Er wechselt das Thema. Thema-Wechsler. Er will einfach nicht zugeben, dass er das nicht nochmal hinkriegt. Hey, hey, hey. Immer mit der Ruhe, Leute. Er hat gewonnen und die Bänder belegen das auch. Ich sag dir was, Chick. Ich trete nochmal gegen dich an. Okay, gut. Wie wär's mit morgen Abend? Wie wär's hier? Wie wär's mit morgen Abend? Genau hier. Das ist unglaublich. Lightning gegen Chick in einem echten Duell. Dara, ich hatte an was Besseres gedacht. Den Radiator Springs Grand Prix. Drei Rennen. Eins in jedem Teil von Ornament Valley. Das letzte ist das Pistencup-Rennen. Kriegen wir das hin? Jetzt schon. Unglaublich. Das wird eine Rennwoche, die die Welt noch nicht gesehen hat. Chick Hicks, nehmen Sie Lightnings Herausforderungen an. Ja, natürlich. Hey, und schaltet alle ein, um mich zu sehen. Chick mit der Nummer 86, Gewinner des Pistencup-Pokals. Hey, was bringt denn da für ein rotes Licht? Ach, Kumpel, du bist live auf Sendung. Ich bin im Fernsehen? Ich muss meine Verwandtschaft anrufen. Okay, okay, beruhige dich, damit wir anfangen können. Oh, tut mir leid. Willkommen in der entzückenden Kleinstadt Radiator Springs. Meine Heimat. Zum Rennen Nummer 1 des ersten jährlichen Radiator Springs Grand Prix. Uns erwartet heute ein atemberaubendes Geländerennen zwischen den hitzigen Rivalen Lightning McQueen und Chick Hicks. Das ist das hässliche grüne Auto mit dem Schnurrbart, oder? Hey, wer ist dir hässlich, du Spucknapp? Und die Autos stellen sich jetzt an der Startlinie auf. Mann, das wird ein Heidenspaß. Okay, Leute, lasst das Rennen beginnen. Willkommen beim zweiten Rennen des Radiator Springs Grand Prix. Wir sind hier auf dem Tailfin Pass. Also, ich weiß nicht, Tuck, die Kurven da oben sehen ziemlich knifflig aus, was meinst du? Hey, von diesen Straßen ist schon ewig keiner mehr runtergefallen. Glaube. Alles okay, Chick? Ja, klar, mein Telefon hat hier oben nur keinen Plan. Weiter nichts. Und hier sind wir beim Start des dritten Rennens des Radiator Springs Grand Prix mit Vince, der den langen Weg von Queens zurückgelegt hat. Stimmt doch, oder? Ja, klar. Hallo. Warum gerade Radiator Springs? Bist du von so weit hergekommen, um gegen Lightning McQueen anzutreten? Na, oh, den Kerl kennen wir. Aber eigentlich sind wir bloß hergekommen, um mit Chick Hicks zu trainieren. Äh, wir dachten, wer der Beste sein will, muss mit nem Profi-Rennfahrer trainieren. Also mit jemandem, der krass gewinnt und so. Das war's, Mac. Oh, ja. Hey, was ist los? Na ja, die Saison ist zu Ende. Ich werd das alles vermissen. Komm schon, Mac. Du weißt doch, dass ein Champion in der nächsten Saison weitermachen muss, um seinen Sieg zu verteidigen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ka-wum! Pass auf dich auf, mein Junge. Ach was, Doc. Ich bin jetzt ein alter Hase. Ein erfahrener Reisender. Du hast immer noch keine Scheinwerfer. Hm, keine Sorge, Doc. Ich pass auf ihn auf. Und wenn er wieder stecken bleibt? Ich werd nicht wieder stecken bleiben. Aber wenn, dann bin ich da und helf dir. Danke, Huck. Du, äh, wo geht's denn eigentlich hin? Keine Ahnung, wo die Straße uns hinführt. Das hier ist ein großes Land. Oh, fast hätte ich vergessen. Hast du dein Pokal dabei? Nein. Wo ist er? Tja, keine Sorge. An einem sicheren Ort. Das hier ist ein großes Land. quello? Du. Du. Bis zum nächsten Mal. 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 Amen.